Und hier ist Jean Beaubarnier, der Engel. Ein Engel, der vom Himmel fiel. Ich hab auf dich gewartet. Ich liebe dich. Das ist keine Liebe. Ich denke, es ist an der Zeit, dein Leben zu ändern. Inwiefern? Conte du Barry will dich dem König vorstellen. Conte, Jean du Barry. Vor allem sollten sie direkten Augenkontakt mit dem König vermeiden. Das würde der Hof als Einladung verstehen. Einladung zu was? Zu Frivolität. Die Stimme ist ein Vater, eure Verirrungen machen uns zum Gespät von Bersailles. Der Premierminister wird nicht dulden, dass ein Straßenmädchen zu eurer Entourage gehört. Diese junge Frau ist meine Entourage. Ich liebe dich. Wir alle zählen auf euch, dass ihr dieses widerwärtige Weib vom Königshof verjagt. Hat der König weitere Interessen? Jetzt lernen sie die dunkle Seite. Seine Majestät. Sie sind in Gefahr, Madame. Sie sind in Gefahr! Stimmen der Königshof Sie sind in Gefahr, die wir heute rundUM. Sie sind in Gefahr! Sie werden orientiert die Mitglieder. Vielen Dank.